Und heute drehen wir mal hier eine Runde. Mal gucken ob wir ein paar Power Spins ergattern können. Einer. Kleine Steigerung. Und weg. Schade. Nehmen wir 6. Lass aufs keine Reise. Hmm, einer weniger. Komm, da muss ich auch ein bisschen mehr zu holen sein. Oh, Melonen. Oh, schön. Es werden 13 Wormat waren. Komm, los, wir sind irre. Oh. 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 Oh, das war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Drei Glocken, da war die sieben, jawohl. Oh. 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 Zumindest nicht mehr ganz soviel. 78. Komm, nehmen wir mit. Ich fahre noch mal Chicken Fingera. Musik Kirschen Musik Immer noch zwei Musik Und weg sind sie, Judy wechsel nochmal das Spiel Und wir drehen hier eine Runde Einer geht noch, los Das ist Soll ich nicht. Oh, das ist gut. Okay, vielleicht kriegen wir jemand anstellen jetzt, bitte nicht den 5er, den gibt er zu oft. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, ist das übel. Okay. Okay. Hmm. Jetzt wird es eng. Nichts zu holen. Einmal nichts. Und wir drehen mal hier eine Runde. 2,50 Euro, 1,50 Euro. Los. 1,50 Euro. 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 4,50 Euro. 1,52 Euro. Ah, jetzt kommen wir wieder rein. Hey, schauen wir mal auf die Hose. Die Dome. Na los, ein Vollbild nehmen wir auch noch. Aha! Bleibt dabei! Und heute drehen wir mal hier noch Wunder. Gucken wir, ob ihr hier was zu holen habt. Los geht's! So, im Idealfall machst du die ersten Benenwalzen mal voll. Das wäre echt prächtig. Laufen die ersten Benen. Los komm! Alles andere ist Asche. So. 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 Mehr kriegt er aber auch nicht. So. Dann gucken wir mal hier rein. So. 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 Now. So. 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 like. so. 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 auch nicht oh es ist die andere Nummer 5 es ist die Nummer 5 jetzt wird es aber schon wieder langsam eng tja das waren mal wieder nichts ja klar auf 20 ja logisch ja naja spielen wir auf 20 cent weiter hoch gut und heute mal wieder eine runde mit dem blaster muss man auch da sind los ob wir ein bisschen klettern können ja die 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 So schnell sind sie weg. Los klettern mal eine Runde. Jetzt haben wir auch durch die Wachsen hier. Da steht der Anschein zur Neige hier. Und wer klettert heute nicht? Schade, schade, schade. Eine Chance kriegen wir noch. Acht. Weg. Einmal nix. Schade. Heute nicht. Nächstes Mal vielleicht. Und hier mal 10 Freispiele. 4,50 Euro Spiele Einsatz. Die muss es voll packen. Schade. 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 Sehr schön. Hammer. Vierte Freispiel. Sehr schön. Wow! Und die Nummer 10 684 dazu, saubere Sache, geil!